Es handelt sich um klassischen Linksabbiegerunfall, wo der Linksabbieger, sag ich mal, den entgegenkommenden PKW-Fahrer übersehen hat. Dementsprechend haben die sich hier auf der Kreuzungsmitte getroffen, wurde dann hier abgedrängt in den Vorgarten. Verletzt ist niemand gewesen, zumindest bis jetzt nicht, sodass wir hier einen hohen Sachschaden erstmal nur haben und die defekte Ampel.